Wie verkehrt, destruktiv und selbstzerstörend ist es denn, in einem fremden Konflikt bedingungslos für eine Seite Partei zu ergreifen? Fremd heißt nicht, dass dieser Konflikt Menschen in Deutschland nichts angeht. Fremd heißt, dass dieser Konflikt in einem anderen Land stattfindet und dessen Verständnis viel mehr Sachkenntnis, Argumentationsraum und geistige Arbeit erfordert, als eine Tagesschau oder ein Markus Lanz fassen kann. Ein Konflikt, der womöglich eine Vorgeschichte hat, die länger ist als die Aufmerksamkeitsspanne der Hauptstadtjournalisten, sogar länger und komplexer als ein Wikipedia-Artikel. Ein Konflikt, der sich nicht auf ein singuläres Ereignis oder einen einzigen Tag reduzieren lässt, den man zur Zeitenwende oder zu einem neuen 9-11 erklärt. Und selbst aus diesem singulären Ereignis wird nur ein Element herausgeklaubt, nämlich das grausame Abschlachten israelischer Zivilisten beim Hamas-Angriff, wobei das rein militärische Element des Angriffs unterschlagen wird. Ausschaltung der Stellungen und Kommandoposten der israelischen Armee, über die der Staat Israel seinen Würgegriff am Nichtstaat Palästina ausübt, was wiederum den abscheulichen Mord an den Besuchern des Musikfestivals oder Kibbutzern keinen Deut weniger abscheulich macht. Fremd heißt auch nicht, dass die Opfer dieses Konflikts gleichgültig sein sollen, aber Opfer fallen auf beiden Seiten an. Auch kollaterale, zivile Opfer. Wie kann das kollektive Herz für die Opfer nur einer Seite schlagen? Außer, hier ist manipulative Propaganda am Werk. Fremd bedeutet auch nicht, dass man keine genuine Sympathie für eine Seite des Konflikts empfindet, der man sich kulturell näher fühlt. Aber dann muss man es auch den anderen gönnen, die gleiche Sympathie für die Gegenseite zu empfinden und diese zu äußern, ohne sofort nach Strafe, Rauswurf und Boykott zu schreien, wenn etwa ein Bundesliga-Fußballer einen pro-palästinensischen Post schreibt, solange er nicht zur Gewalt aufruft. Gerade wenn man den Anspruch erhebt, für Menschlichkeit und Humanismus einzutreten, ist man verpflichtet, einen gleichermaßen kritischen Blick für beide Konfliktparteien zu behalten. Denn nur so kann man als Dritter zur Deeskalation beitragen, aus der Position eines überparteiischen Schiedsrichters, mit Druck und Zugeständnissen an beide Seiten. Und es geht überhaupt nicht darum, den Terror oder Mord zu relativieren. Wenn allerdings die Grausamkeiten einer Seite emotional und bildhaft ausgemalt, die Grausamkeiten der anderen bagatellisiert oder gar geleugnet werden und das Ganze auch noch zur Staatsräson erklärt wird, dann ist was ernsthaft faul im System. Ich will gar nicht meine sehr bescheidene Kenntnis des Nahostkonflikts aufgrund der eigenen Erfahrung als Kriegsreporter überbewerten. Ich war nämlich auf den beiden Seiten während der zweiten Intifada. Ich habe mit Israelis und Palästinensern gesprochen, mit Soldaten und Politikern, Ärzten, Journalisten, Geistlichen und Menschen auf der Straße. Ich stand an der Ecke der King George und Jaffa Straße in Jerusalem, vor dem verkohlten, ausgebrannten Loch an der Stelle der Glasfassade jener Pizzeria, wo ein palästinensischer Selbstmordattentäter 16 Menschen mit in den Tod gerissen hatte. Darunter acht Kinder und eine Schwangere. Dieses Bild steht mir heute noch, 20 Jahre danach vor den Augen. Tage später stand ich in Hebron vor den noch rauchenden Wrax-3er Autos, kurz nach einem israelischen Raketenangriff. Der Angriff galt einem prominenten Hamas-Militzen. Dieser war mit seiner Familie und drei oder vier Kindern unterwegs. Die Familie wurde ausgelöscht. Ebenso eine weitere palästinensische Familie mit Kindern, die dicht hinterher in einem Minivan fuhr. Und ein Taxi mit Passagieren war schwer getroffen. Passanten wurden verletzt. Der Hamas-Mann überlebte als Krüppel. Und dieses Blutbad reichte nicht für eine internationale Schlagzeile, weil es im Palästinensergebiet so alltäglich, so routineraft war. War on Terror eben. Und seine unausweichlichen Nebenwirkungen. Die Getöteten von Hebron wurden als Märtyrer beerdigt. Mehrere Dutzend junge palästinensische Männer erklärten sich bereit, ihr Leben für die Rache an den Israelis zu opfern. Kurz darauf wurde ein Passagierbus mit israelischen Siedlern aus einem Hinterhalt attackiert. Zehn Menschen starben. Danach haben die Bulldozer der israelischen Armee die Häuser der Familien mutmaßlicher Angreifer plattgewälzt. Es gilt sieppenhaft im Rechtsstaat Israel. Und damit noch mehr Hass und Rachsucht geschürt. Diese traurige Kette lässt sich bis ins Heute fortsetzen. Was will ich sagen mit diesem Geschwafel? Im Nahostkonflikt hat sich keiner der beiden Parteien mit Menschlichkeit bekleckert. Die Unmenschlichkeit nur einer Seite sehen zu wollen, trägt nicht zur Entspannung bei. Es ist nicht im Interesse Deutschlands als Drittland. Es ist nicht im Interesse Israels, wenn man unter Israel Menschen versteht und nicht den Staats- und Militärapparat oder gar den machtgierigen Zyniker Netanyahu mit seinen Partikularinteressen. Wenn mit Mitgefühl knallharte Geopolitik kaschiert wird, dann ist dieses Mitgefühl verlogen und ebenso verlogen und fehlgeleitet die darauf bauende Geopolitik. Eine bedingungslose Parteinahme für eine Seite ist auch für dieselbe fatal und destruktiv, weil ein Blankoscheck für enthemmte Gewalt und Unrecht noch mehr Gegengewalt und Rache entfesselt und noch schlimmer den Krieg anheizt und am Ende noch mehr Opfer mit verursacht. Auch auf der zu unserer erkorenen Seite. Außer eine solche Hassspirale ist gewollt. Aber das ist ein anderes Thema.